Hallo liebe Horrorfreunde, es geht weiter mit Call of Cthulhu. Ich befinde mich hier im Lagerhaus 36, habe diese Kurbel jetzt ready gemacht und werde nochmal schauen, was da unten so lauert. Ich habe da schon eine Vermutung, dass wahrscheinlich von diesem Kult irgendwas da unten ist. Weil es sollte ja verboten sein, hier in das Lagerhaus zu gehen. Kann aber auch sein, dass das gar nicht Lagerhaus 36 ist, weil das wird ja da vorne bewacht. Das sind ja diese Schmuggler vor der Tür. Das kann sein, dass das so ein Durchgang ist zum Lagerhaus 36. Gucken wir mal, wie das ausgeht hier. Oh verdammt, ist das hier nebelig. Ob ich das kein Giftgas habe? Natürliches Giftgas, ich habe es mir schon gedacht. Was mache ich denn jetzt, Alter? Soll ich jetzt einfach da durchlatschen? Luft anhalten kann ich nicht, also ich muss hier rein. Das kommt von diesem Öl. Ich hoffe, es ist nicht toxisch. Ja, das habe ich auch, Alter. Wahrscheinlich ist es toxisch. Und wird bald verrecken, oder? Das hat irgendwelche Auswirkungen für die Zukunft. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Ich gehe mal da rein. Das geht nicht. Es ist verschüttet. Dann bleibt nur noch dieser Weg, ne? Boah, so ein Glück, Alter. Ist das nicht, äh... Brennbar, ey? Ich hätte mich totgelacht, wenn das Ding... ...in die Luft geflogen wäre. So, wie ich mir dachte, das geht jetzt bestimmt in die Richtung von dem Lager. What the fuck? Was war das? Alter. Oh! Alter, ich ist tot. Alter, what the fuck, Alter? Kann ich in die Zukunft schauen, oder... Oder was war das jetzt? Wenn das Vieh jetzt nochmal kommt... Nee, das kommt nicht, ey. Verdammt. Das war so ein Tentakel-Fieber, das. Krass, Alter. Das ist primitiv. Könnte von den Ureinwohner Amerikas sein. Das ist ja in Amerika, ne? Grünes Portal. Dann hier Fischer. Von damals bei den Indianern wahrscheinlich. Krass, Alter. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, dann bin ich sogar in Lagerhaus 36, oder? Mach mal das Ding aus hier. Ich glaube, da vorne stehen die. Ah, guck mal eine an. Da vorne ist die Kneipe. Hier waren die Polizisten. Ah, die stehen da vorne noch. Okay. Das heißt, ich bin jetzt hier direkt am Lagerhaus 36. Sehr schön. Oh, dieses Ort stinkt. Was ist die Verbindung zwischen diesem Ort und dem Sarah Hawkins-Case? Tja, das werden wir rausfinden. Deswegen bin ich ja Detektiv hier. Hoffentlich kracht da nichts ein, Alter. Ich mach mal lieber nochmal das Feuerzeug an, damit ich mal gucken kann, ob der Boden wenigstens okay aussieht. Hier komm ich nicht runter. Hm. Ja, wie komm ich jetzt hier runter? Ah. Springen, ja toll. Wie komm ich wieder hoch? Rekonstruktion? Aha. Okay. Machen wir das mal. Krass, Alter. So Fähigkeiten, die er benutzen kann. Er will genau wissen, was passiert ist. Oh, Blut, okay. Ich weiß nicht, ob das begrenzt ist. Irgendwie beeile ich mich immer hier. Hier ist eine Zeitschrift. Ah, da vorne. Jetzt weiter. Hier ist ein... Okay. Was haben wir hier? Was ist das Bild von Charles und Sarah Hawkins hier? Das ist eine Leiche, okay. Ist das eine von Sarah Hawkins' Schildern? Rekonstruktion. Wieder. Lagerhaus Hawkins, okay. Das war's schon. Nee, komm, nochmal. Oh, ich war doch gar nicht fertig. Da hinten war doch noch irgendwas zum... zum Nachgucken. Na toll, jetzt hab ich zu früh draufgedrückt. Jetzt hab ich, äh... wahrscheinlich irgendwelche Hirn-Weisen nicht, äh... abgecheckt. Ähm... Oh, scheiße. Is there anyone in there? You! Don't move! Oh, nee. You again. I told you to stay away from this warehouse. Scheiße. Ähm... Tja, was mach ich jetzt, Leute? Bedrohen... Stärke Profi. Ich mein, ich bin schon stark, aber den... den Bedrohen, das könnte vielleicht, äh... Oh, ich weiß nicht, Alter. Hmm... Tja. Stärke oder... Psychologie? Das ist jetzt wieder so eine Sache, Alter. Ich könnte natürlich bedrohen, komm, dann mach ich mich vielleicht zum Feind. Äh... Da er vorher auch nicht kooperativ war, glaub ich jetzt auch nicht, dass das funktioniert. Ich mach mal Stärke. Du hast deine Männer weggebracht. Schade Idee. Ich sehe nur einen überwächtigen Polizeffektor und einen starken Veteran. Wie leid ihr? Ich bin ein Repräsentator der Verordnung. Relax. Schau, was ich gefunden habe. Kannst du dir erklären, was dieses Bild hier macht? Dieses strange Portrait. No, es hat funktioniert. Uh oh. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Do you see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we've got some driving to do. Krass. Can I go to the top of the ridge? Das war ja kurz, Leute. Also ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, weil 10 Minuten, das reicht einfach nicht. Gut, dass das funktioniert hat mit dem Einschüchtern. Hätte auch in die Hose gehen können, ja? Der hätte eine Waffe ziehen können oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber hat gut funktioniert. Außer er tut mich in eine Falle führen, ja? Wir dürfen nicht vergessen, da oben soll noch irgendjemand wohnen. So ein durchgeknallter. Krass. Riesig. Den hab ich gemeint. Ähm... Ich dachte, die Villa seien Flammen aufgegangen. Die Villa könnte jeden Augenblick einstürzen. Sie kennen sich hier ziemlich gut aus. Ich habe schon von Winchester gehört. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich mache mir das mit Winchester. Ihr Partner Andrews warned mich auf ihn. Wenn du etwas aus dieser Bum hast, ich werde dir fragen, was du für ein Geist. Er spricht zu viel. Er hat sich gesagt, dass old Silas ein bisschen unhinged war. Das ist nicht weit weg, ich glaube. Aber es ist nicht fair, dass es gleichzeitig nicht fair. Du kennst, Silas Winchester hat sich für die Hawkins-Familie gearbeitet für die Hawkins-Familie so weit wie ich kann erinnern. Charles war wie sein Vater zu ihm. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared, if there's going to be trouble. Wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Kann er ein Problem sein? Strictly speaking, he ain't dangerous. Aber seit der Tragedie, hat er ein wenig getestet. Doch er ist ein sehr starker Mann, given seine Zeit. Eine wahre Macht in der Natur. Ein schade altes Mann, meint mich nicht. Wenn du nicht mein Tipps hören willst, dann können wir gerne gehen. Genau? Das ist okay. Ich glaube, das Feuer ist der einzige Grund, das Haus in dieser Lage ist. Es ist ein sehr altes Gebäude, you know? Seine Fondation wahrscheinlich aus dem den ersten Settlern. Es hat nichts zu tun mit Charles Hawkins' Debs. Ha! Du hast bereits begonnen zu wissen, es wird es. Also, seit du schon wissen es, die Hawkins Familie konnten nicht aufbauen, von diesem Haus. Es bleibt zu sehen, was sie mit dem Geld gemacht haben. Nee, das war's. Okay. Er geht mit mir. Warum nicht? Du kannst dir helfen. Genau. Los geht's. Hätte auch allein gehen können, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich trau dem nicht. Vielleicht versucht er mich umzubringen. Er weiß ja nie, ne? Bradley war richtig. Dieses Ort ist viel älter, als ich dachte. 1693. Was? Das ist die Gräber. Poor kid. Ja. Das ist die Tochter. Das ist der Vater. Das ist der Vater. Das ist der Vater. Ich muss sagen, es ist ziemlich schlug. So, Detective. Das ist das Ort, das ist ein Gefühl? Eine der Gräber würde entweiht. Du wirst, ob Charles Hawkins hat einen Schicksal? Nicht von unserer Meinung. Er war eine gut gespeichert Personalie auf der Island. Ich verstehe nicht. Silas hätte niemals so etwas passieren lassen können. Ich bin froh, Warum wurden sie hier. Ich bin froh, dass es Charles Hawkins' dese ist. Ich bin froh, dass es Charles Hawkins' dese ist. Webster nicht zufrieden. Frau Hawkins' Vater? Es ist gesagt, dass er sich verletzt hat. Sie sind froh, Sie sind froh, Ich habe mich ein Moment. Ich habe mich nicht zu setzen, nach dem Burial zu sein. Was für ein Kind derangt, ein Mensch, dem Stadten würde und steil ein Bündnis? Ich habe keine Silas das so gemacht. Ich habe keine Worte. Die Worte auf Sarah Hawkins' sind froh. Vielleicht finde ich noch was anderes hier, keine Ahnung, aber ich glaube es nicht. Das wurde auf jeden Fall zerstört von Charles. Someone must really hate Charles Hawkins. A Caretaker takes great care of these graves. Äh, ja, keine Ahnung. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Hallo, Mr. Police Officer. Was ist los? Ja, keine Ahnung, Alter, ich gehe mal... Vielleicht will auch nicht das mitgehen, weil jetzt irgendwas passiert, aber ich gehe jetzt einfach mal alleine weiter. Das ist mir zu blöd. Schon sehr verdächtig hier. Das wäre ein geiles Dracula-Spiel, Alter. Ja. 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 Ja, das ist es. Vermin. Genau. Das ist, was wir tun. Ich gehe in die Seite und versuche, dass ich verhüben werde. Okay mit dir? Ich bin nicht sicher. Wenn es nichts anderes gibt, kannst du mir die Schlüssel geben. Genau. Geh die Schlüssel und mach was du tun musst. Geh dann, dann. Nur um dich zu entfernen. Mal sehen, was mehr ich von dieser Mansion lernen kann. Hätte ich was falsch gesagt, hätte ich wahrscheinlich da runtergestoßen oder so. Krass. Okay. Ihr könnt ja mal gucken, was hier ist. Bevor ich da reingehe. Hier ist noch eine Hütte. Wahrscheinlich wohnt er hier. Aber ich will jetzt auch nicht provozieren. Also nicht, dass er da irgendwie... äh... rüten wird. Das Gate ist lockt. Okay. Was für ein Unbezieher soll ich vernichten? Ich habe nicht mal eine Waffe. Ah, der Pulse ist hier. Biers, soll wir Anna? Jetzt, dass du deine Spaß und Spiele mit Silas fertig hast, können wir vielleicht die Mansion inspeiten. Du bist richtig. Lass uns gehen. Lass uns in die Seite schauen. Aber ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir.